hallo ihr lieben da bin ich wieder tag 12 meiner abnehmen challenge heute dürfen sich die muskeln mal wieder ein wenig entspannen weil heute trainingsfeiertag ist mir geht soweit gut ich halte durch und ich freue mich natürlich dass ihr mich so zahlreich unterstützt mich fleißig abonniert und natürlich auch kommentare die sind ganz ganz wichtig für mich würde mich freuen wenn ihr dann noch ein bisschen aktiver werdet likes freue ich mich natürlich genauso drüber und ich freue mich schon auf den nächsten tag tag 13 auf morgen dass ihr wieder alle dabei seid und ich würde mich natürlich auch freuen wenn ihr mir schon mal ein paar tipps ideen geben könntet was ich nach dieser 30 tage ab dem challenge als nächstes machen soll wie gesagt unterstützt mich kommentiert gibt mir tipps gibt mir infos und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen tag heute bleibt mit am ball bis morgen euer wolf